Es ist ziemlich düster hier, es sieht aus ob Elgin hier vorbeifahren. Warnstufe 4 oder 5 ist das. Die Wolke sollst einmal original. Original sieht es so aus. Es kommt extrem Unwetter. Warnstufe 5. Ich habe selber ein bisschen Angst. Die Wolke bewegt sich aber sehr schnell. Er hat mich am Arsch. Da kommt was aller weg. Jetzt kommt das Original. Alles dunkel. Das sind schon kacke Vogelmeer. Harnabkau. Die Wolke bewegt sich da oben weg. Die Wolke hier bewegt sich. Sehr schnell. Ich glaube da kommt extrem. Stufe 5 Unwetterwarnung. Das ist das Original. Das ist normal. Ich werde lieber heimrennen an deiner Stelle. Boah da knallt es halt. Das hört ja mal auf zu Donnern. Wo liegt das denn auch schon ausgegangen? Stromausfalt oder wie? Das geht schon ab du. Der Ball kommt. Der Rolleder knallt schon. Das wird schon stärker. Der Wind. Ohi. Ich muss kurz Pause machen. Ich muss meinen Roller dazu machen. So. Jetzt ist es wieder heftiger geworden. Die Vögel fliegt auch schon in der Gegend. Oho. 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 Da kommt was irgendwie. Dann machen wir es mal Original. Das sieht jetzt Original aus. Dunkel. Da hinterher ist das ein Sturm so. Das liegt schon aufs Zeug und Gegend. So. Jetzt mit Siva Dignal. Live dabei. Unwetter. Stufe 5. Warnstufe 5. Das war jetzt das höchste was ich je gehabt habe hier. Da blitzt am Dauern technisch. Paparazzis. Da blitzt am Dauern technisch. Nach vier Sekunden. Zack, 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 zack. Eieiei. Da kriegt man ja Angst durch. Dich. Oh! Oh, da fliegen sie umschwürteln. Schlagt gleich eine Blitze an der Vogel, BAM! Oh, das wäre was. Das ist abgeräumt. Hol das Duschzeug raus, wir können duschen. Ein bisschen reingehen hier. Boah, da fliegen wieder Sachen aus den Balkonen durch. Muss man aufpassen. So ein Sturm kann alles hochheben. Selbst Grill oder irgendwas. Elektrogrills. So ist das normal. Jetzt machen wir das Original. Das ist ein Sturm. 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 Vielen Dank. Und jetzt auch mal hier. Ich lass es mal zumachen hier du, raufst schon rein, Scheißzeug. Ah, ist das Garten. Du siehst, wenn es regnet, der ganze Sturm und so. Das sind auch so Wolken. So, hallo hier Exzessiver Knegel, heute mal live die Tagesschau. Heute waren Stufe 5 hier in Deutschland. Hatten wir hier noch nie. Fünfer, normal mal drei oder zweier. Aber heute ist es mal eine Fünfer Stufe. Sieht man ja alles. Hier ist es mal ein bisschen kühler jetzt hier du. Ah, hier ist es ohne Ende. Hier ist es Kaku- fulfil hier. Wir nehmen den 7st den benutzen bis 3st. in den 6st. Was ist auch eine Börso seated. So, ihr habt neueのでile Stimple 거지. L DISWOHP. So, jetzt ist es ein bisschen leichter geworden jetzt, 9 Minuten, neuneinhalb Minuten, ein bisschen ruhiger. So, also meine Abonnenten, exklusiv HD-Kanal für die Unwetter-Tagesschau, also ich sage mal bis zum nächsten Unwetter mal, oder bis zum nächsten Video-Wochenende, kommt noch wieder ein Video. Also, ciao, ciao.